Musik Jetzt sind wir viele, jetzt haben wir den Schwung und wir dürfen den auch nicht verlieren. Haltet durch, haltet zusammen, nur gemeinsam können wir diese Krise durchstehen. Es ist schon viel über die Energiewende gesprochen worden und zu Recht. Wir müssen unbedingt diesen Energiesektor umbauen, die ganze Infrastruktur umbauen. Die Zukunft liegt in den erneuerbaren Energien. Kohle ist eine Dinosaurier-Technologie und auch Gas ist keine Brückentechnologie. Auch das ist eine unverschämte Lüge. Und wer dann noch kommt und sagt, Atomstrom wäre die Rechnung, die Rettung aus der Klimakrise. Das ist eine noch viel infarmere Lüge. Ich möchte mal gerne wissen, woher all das Wasser kommen soll, um die Atomkraftwerke zu kühlen, wenn die Klimakrise uns auf 2 und 3 Grad Erderwärmung gebracht haben wird. Dann gehen die Dinger nämlich irgendwann einfach in die Luft.